Hallo Leute, ihr wollt euch heute zeigen, wie man auf OneNote ein Foto raufladen kann. Also ganz unten sieht man so einen Balken und da steht Aktivitäten, ich tippe mal da drauf. Da kann man natürlich auch Sachen suchen und anklicken und so. Und da steht Teams, ich gehe eigentlich immer auf Teams, damit ihr das dann ordentlicher sieht und so. Dann gehe ich jetzt mal zum Beispiel auf das da, Maria Theresia. Maria Theresia Stamba, Aufgabe anzeigen. Dann da, Stammbau Maria Theresia. Dafür braucht man halt OneNote. Also ich mache das immer auf dem Handy, deswegen muss man sich auf dem Handy die App runterladen oder auf dem iPad. Aber man kann es auch auf dem Computer machen, aber ich finde es praktischer einfach am Handy. Eine Ewigkeit später. Da das jetzt endlich auch einmal geladen hat, sieht man da so eine leere Seite. Dann kann man jetzt da zum Beispiel irgendwo auf den Bildschirm tippen, tippen wir mal da drauf. Dann ist das so eine leere Seite. Und dann steht da ganz links, ist so eine Kamera abgebildet. Und man tippt jetzt da drauf und da steht Bild aufnehmen oder aus der Bibliothek. Ich will jetzt aber Bild aufnehmen. Tippe ich jetzt mal so. Ja, dann mache ich jetzt einfach mal ein Foto. Dann tue ich auf Fertig. Dann ist das Bild jetzt da drinnen. Und dann gehe ich jetzt einfach wieder zurück. Und dann steht da oben erneut abgeben. Bei mir steht jetzt erneut abgeben, weil ich das schon mal abgegeben habe. Aber wenn ich das jetzt neu abgeben werde, wird da einfach nicht mehr erneut abgeben stehen, sondern nur abgeben. Also gebe ich das jetzt einfach erneut ab. Und ja, jetzt habe ich es abgeben. Und so geht es eigentlich. Tschau!